Oh mein Gott, so krass, ey. Level 100 Skin. Gegönnt. Jetzt zeige ich dir mal noch ein paar Skins. Hm, die da. Das ist die weibliche Schriftvariante. Hab ich. Dean, du hast echt was verpasst. Rustlord. Mein nächster Skin, den hab ich auch schon. Ähm, mein nächster Tanz ist... der hier. Und ja, wir sehen uns dann... Ähm, man kann jetzt Betze Pässe verschenken. Und ja, wir sehen uns dann Freitagabend.